Hallo, hallo, das ist meine Ausstellung. Ich stelle hier große Kunst aus, große Kunst, eine Premiere, ich erwarte ganz ganz viele Leute. Das ist eine wunderbare neue Berliner Galerie, hier kann man Zitronen essen, ja und es gibt Kunst, sogar eine Decke gibt Kunst, überall gibt es Kunst, ja und gleich kommen die Gäste um sich meine wunderbare Kunst anzusehen. Ich halte auch einen Vortrag, einen Vortrag darüber wie jeder ein Superstar werden kann. Hier kann man sehen in dieser Tabelle wie man in 5 Schritten ein Superstar werden kann. Ich werde während dem Vortrag die Kamera aufgestellt haben und da kann man weiter sehen. So jetzt muss ich mal das Buch kurz ausmachen. Leute und da hinten ist auch jemand der Getränke verkauft und ja also in einer Stunde beginnt den Vortrag. Zwei Gäste haben sich verehrt. Von da, von der Straße sind sie gekommen hierher. Mal sehen wir, ob noch jemand kommt. Das ist Eva, weil hier keiner kommt zu der Ausstellung, ruft sie jetzt ihre Freunde an. Eva ruft ihre Freunde, weil ich habe keine eingeladen für die Ausstellung und damit jemand da ist. Ja, danke. Danke. Ich gehe mal nach vorne. Wenn jemand was trinken will, schicke ich ihn zu dir, ok? Ok. Ok. Da ist Eva und macht gute Trinks. Und wir machen Party und wir haben viel Spaß, wenn keiner kommt, ne? Ja, super. 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 Ja, dann überhaupt jemand da ist. Dann kann ich sagen, ich nehme noch einen zweiten, dann kannst du da weiter arbeiten. Nein, ich mache mich weg. Doch. Das ist nicht so mein. Nein, du machst genau das gleiche. Ich setze mich auch drin. Ich mache mal einen Vortrag. Komm Willi. Das ist nicht so mein. Also. Das ist mein Zustauer. Das ist leider. Ja, also hier. Hier. So. Es kommen bestimmt noch ganz viele Leute. Warte. Aber Moment. Moment. So. Hier ist es relativ. aggressiv. Aber auf diese Weise kann ich dir nicht beurteilen. Ja doch, doch. Warum nicht? Weil du mich nicht von vorne sehen kannst. Weil du mich nicht von vorne sehen kannst? Ja. Aber so, ob ich überzeugend bin. Weißt du? Ja. Oh ja. Okay. Also. Das ist Eva. Eva. Eva kann dann beurteilen, ob mein Vortrag gut war oder nicht. Eva arbeitet normalerweise da, ohne wenn viele Leute sind. Aber jetzt sind gerade nicht so viele Leute, weil die Leute kommen später zu dem Vortrag, den ich jetzt mache. Erstmal für Eva. Sie können dann beruht sein, ob das jetzt gut war oder nicht. Ja. Ja. Ist alles gut, glaube ich. Ja, mach ich. Mach ich gleich. Ich wollte nur gucken, ob das jetzt alles in Ordnung ist. Okay. Ich glaube, es ist alles gut. Okay. Also. Ich finde mich. Äh. Also. Warte mal. Ich mache die Tür zu. So. Jetzt mache ich den Vortrag. Also. Und dann kannst du mir sagen, ob ich gut war oder nicht. Ach so. Bevor ich anfange, wollte ich Sie darauf hinweisen, dass ich Kurse gebe. Äh. Das können ganz individuell gestaltete Kurse sein. Rockstar, Millionär, Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerin oder meinetwegen die Welt erobern. für 50 Euro die Stunde können Sie bei mir als Kurs nehmen. Und die Kurse bestehen aus fünf Einheiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh. Je zwei Stunden. Also insgesamt 150 Euro. Und das Erreichen des Ziels ist innerhalb von 20 Jahren garantiert. Wenn nicht, gibt es selbstverständlich das Geld zurück. Sie haben also eine Garantie von 20 Jahren. Das kann Ihnen, soweit ich das beurteilen kann, kein anderes Unternehmen und auch keine andere Person Gewährleisten. 20 Jahre Gewährleistung sprechen hier also für sich. Und jetzt darf ich um Ihre, es ist kein anderer da, deswegen gucke ich nicht da, ja. Und jetzt darf ich um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie zunächst einmal beglückwünschen, hier an dieser wichtigen Ausstellung teilzunehmen. Der Name hierbei ist Programm. Publikums Magnet Viralkunst. Hallo. Hallo. Publikums Magnet Viralkunst. Wie Sie sehen, ist nicht zu viel versprochen worden. Wie Sie sehen, ist nicht zu viel versprochen worden, die Ausstellung ist sehr gut besucht. Danke. Meine erste Idee übrigens für den Ausstellungstitel war, keine Sau kommt vorbei. Aber das hätte den Regeln, die ich hier gleich vortragen werde, zu sehr widersprochen. Die zentrale Idee, mit der man alles erreichen kann, was man will, ist ein behauptetes Netzwerk. Und die zentrale Idee davon wiederum, die Attraktion eines behaupteten Netzwerks also, ist die Behauptung, dass es keinen Unterschied zwischen einem echten und einem behaupteten Netzwerk gibt. Solange beide dieselbe Aufgabe erfüllen, haben beide dieselbe Daseinsberechtigung. Aber wie beginnt man mit einem behaupteten Netzwerk? Mit den Aussagen, mit den Außenstehenden selbstverständlich, weil man damit auch eine wichtige soziale Funktion erfüllen will, die Außenstehenden nämlich wieder in die Gesellschaft zurückzustellen. Vor den Außenstehenden sind aber die fiktiven Partner, wie das hier auf der Tabelle genannt wird. Was sind die fiktiven Partner? Es ist im Grunde genommen dasselbe, dasselbe, was die Werbung macht. Wenn Sie zum Beispiel Brad Pitt mit der Rolex auf der Hand für Ihre Werbung ablichten lässt, dann wird er zu einem fiktiven Partner der Uhr, der Marke und des Unternehmens. Vielen Dank. Vielen Dank.